Herzlich Willkommen in meiner Red Kitchen. Ich bin die Sonja und heute kochen wir wieder miteinander. Ich mache ein Hauptgericht und zwar mache ich durch die Gewürze eine orientalische Hack-Kichererbsenpfanne. Das geht einfach, das geht schnell in 30 Minutenseits durch und das zeige ich euch jetzt. Als Zutaten habe ich mir eingekauft. Kichererbsen aus der Dose, eine Chili-Schote, Zwiebel, Knoblauch und glatte Petersilie und dann brauche ich noch Feta, Tomatenmark, Kreuzkümmel und eine rote Paprika und dann habe ich mir bereitgestellt ein Viertelliter Wasser und natürlich gemischtes Hackfleisch. Salz und Pfeffer und Olivenöl nicht vergessen. Kommen wir zum praktischen Teil. Als erstes muss mein Gemüse vorbereitet werden. Die Zwiebel ziehe ich aus und schneide sie in feine Würfel. Dem Knoblauch geht es nicht besser. Schälen und fein würfeln. Paprika in Streifen schneiden. Die Chili-Schote entkernen, damit es nicht zu scharf wird und anschließend klein schneiden. Die Petersilie wird noch grob gehackt und dann geht es am Herd weiter. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und das Hackfleisch von allen Seiten krümelig anbraten. Das geschnittene Gemüse zum Hack geben und kurz mitbraten. Und jetzt wird gewürzt mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel. Dann noch das Tomatenmark dazugeben. Mit dem Wasser aufgießen und fünf Minuten köcheln lassen. Die Kichererbsen gesellen sich dann für drei Minuten zum Hackfleisch. Den Feta grob zerbröckeln, in die Hackpfanne geben und unterrühren. Nochmals abschmecken und mit der Petersilie bestreut servieren. Guten Appetit! Noch mehr Gerichte aus fremden Küchen kann ich meine Lasagne und das Putencurry weiterempfehlen. Das Rezept findet ihr wie immer auf unserer Homepage. Es ist nur einen Klick entfernt. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben dalässt. Fürthach! Sehr cute! iga